Oh nein, wer steht denn da? Junge Hier ist es passiert, Alter Ist das geil Junge, dass ich dieses verdammte Ereignis verpasst habe Muss ich jetzt mal Du hast mich Warte mal Ey Und mein Rucksack hier abstellen Du hast mich Haben wir das eigentlich schon mal Prost Das hier ist der Ort des Geschehens, Alter Bin immer noch traurig Dass ich nicht dabei war Prost trotzdem an der Stelle Junge, Junge Das ist ja wirklich Hier ist es passiert Man sieht es noch Spurenweise Aber Ja Es ist einfach nur geil Soll ich dazu sagen Dieser Ort ist einfach mystisch und legendär Und jetzt Okay Wird sich Noch ein bisschen massiv abgeschillt Mit dieser Musik Und Ja Dieser Box Jetzt muss ich wieder schneiden Ey Das ist nicht gut Jetzt muss ich auf jeden Fall Jetzt muss ich auf jeden Fall Mir was zu trinken Aus diesem Normale Deiten Rucksack Kramen Ist alles nicht gut Ist alles nicht gut Ist alles nicht gut Das schickt mir Wasser Und ich warte echt nur darauf Bis die mich sponsern Verdammte Scheiße Geiler Geiler Das schmeckt so geil Das hat halt 100 Milliliter 14 Kalorien Das ist einfach nur schön Keine Das ist ein bisschen zu prädigär Ne, los, mach dich mal Meine, Gehlen Das ist ein bisschen prädigär Schickt mir Ousenbanden Intro-Songsen. Wie schon? Also. Brudi. Übel Spot. Null. Alter, das ist schon wieder. Das Kino ist komplett leer. Hier ist niemand außer mir. Es ist einfach nur schön. Also online waren noch ein paar Plätze, was aufhört. Aber dieses Kino hier komplett leer zu sehen. Es ist einfach nur schön, wenn man ein paar Minuten hier chillen kann. Vielleicht ist dort ja sogar noch dieses Spiel hier, wo man sich mit dem Handy verbinden kann und auf der Leinwand so ein Spiel ist und dann man die Chance hat, wenn man gewinnt, gratis Kindergarten oder so zu kriegen. Das finde ich geil. Denn je weniger hier sind, das wäre auch meine Gewinnchance. Hey! Und ich muss jetzt auch mal das hier reviewen. Das habe ich eben gesehen, als ich halt an der Kasse bin. Da habe ich mir eine Kleinigkeit zu kaufen. Also hier das. Das habe ich halt noch nie gesehen. Wie sehen, das ist halt hier wie ein Slushy. Fanta Frozen nennt sich das. Sorten, ich glaube, Blaubeere und Erdbeer gemischt habe ich hier. Und es schmeckt üß geil. Und da dachte ich, ja komm, kannst du dir mal, gibt es heute keine Cola mehr. Das ist einfach nur schön. Aber, Junge, Junge, das kannst du nie jeden Tag saufen. Sonst sagt der Zuckerspiegel, ade, alter. Na klar. Ja, gebrauchst du nie, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, nehmen sie trotzdem mit. Echt habe ich gehabt. Ich will. Oh, let's. Geh mir aus dem Weg! Nächste Haltestelle. Gut? Bravo, Dennis. Wir können uns kennenlernen. Und weißt du? Geh mir aus dem Weg und fertig. Wir gehen mir aus dem Weg. Sonst nichts. Da ist der Flughafen. Die haben 24 Stunden auf dem Wegweg. Alle Flughafen in Deutschland. Ich wohne auch hier in Deutschland. Es ist nicht meine Sache. Wollt ihr mich wissen? Alles schön. Ja? Geh mir aus dem Weg, habe ich gesagt. Und fertig. Entschuldigung. Alles gut. Bis zum Morgen. Bis gleich. Junge, es müsste man... Diese Halle des Bahnhofs, die ist einfach nur überfüllt von Dresden-Fans. Haben wohl heute gespielt. Ja, habe ich keine Ahnung von. Ich bin nie in Fußball drin. Aber Junge. Ja, weil... Es ist überall schwarz-gelbe Scherz. Ist einfach nur geil. Jawohl. Junge, Junge. Ich filme schon wieder Fender. Wenn ich auf meine Abholung warte. Muss ich jetzt mal... Max Glücksspiel-Sun grüßen. Shoutout, Brudi. Das sieht nie gut aus. Falls ihr euch fragt, wie ein Glücksschwein aussieht. So sieht es aus. Das sieht nie gut aus. Der Glücksspiel-Experte ist am Werk. Und macht jetzt hier 20 Stück davon auf. Das sieht nie gut aus, ja. Und wenn er mit dieser Tätigkeit fertig ist, würde er dann ein Statement zu... Oder eine Bilanz würde er ziehen. Ja, ein Statement. Was denkst du? Wie würde es ausfallen? Kein Kommentar. So muss das sein. Der Glücksspiel-Experte hat eine Bilanz und sie ist nie die geilste. Naja, also erstens mal... Es sind 20 Lose gekauft worden und nur 2 sind... Erstens mal... Glücksspiele machen 60. Ja. Stehnen wir dazu. Und ja, was haben wir? So, jetzt geht's los. Ja, rubbel frei den Hund. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und... Das Sieg könnte zweistellig sein, oder? Ich will das nicht. Und, und... Oh nein. Oh nein. Es ist ein Euro. Es ist ein Euro. Oder? Es ist ein Euro. Zeig. Ein gnadenloser Euro, ja. Komm. Jetzt, jetzt... So, jetzt Trommelwirbel hier. Oh nein, das ist wieder ein Euro. 2 Euro. Ja. Ja. Jawohl. In den Kasten verbraten. Es ist einfach nur schön. Ja. Ja, Jungs. Siebzehn Euro Minus gemacht. Oh. Ja, witz. Und was soll man hier jetzt dazu sagen? Haben wir da eigentlich schon mal? Was? Ne, hab wir da nicht, ne. Ja. Soviel dazu. Glück kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist hier die Frage. Wann hat man Glück? Na? Mach aus. Warum sollst du denn hier? Ja, ja, ja. Ich bin der Suff-Experte. Mach aus. Mach aus. Ja.